Im Neustädter Zoo wartet ein großer Held auf seinen großen Auftritts. Benjamin? Benjamin Blümchen? Ja, das bin ja ich. Achtung! Aus der Bahn! Benjamin? Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Guten Morgen, Otto. Morgen. Die süßen Tiere überall. Herr Tierlieb, ich habe Frau Zack damit beauftragt, Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Der Zoo von morgen? Gewinnorientiert. Und hier kommen die Luxus-Apartments hin. Selfie! Sie müssen den Zoo retten. Ich glaub's nicht. Ist das unser Zoo? Wir müssen irgendwie beweisen, was genau der hier vorhat. Da kann uns nur einer helfen. Sie waren also echt ein... Geheimagent. Wollen wir mal sehen, ob ich hier was brauchen könnte. Jetzt müssen wir hier nur noch reinkommen. Mach einfach was ich mache. Uff! Oh weih! Ah! Benjamin! Benjamin, du bist echt mein bester Freund! Das wären die besten Ferien aller Zeiten. Als DVD, Blu-Ray und digital.